Herzlich Willkommen wieder alle zusammen auf www.blogmonetarisieren.de mit dem Blog Geld verdienen, das ist unser Thema hier. Und damit ihr es noch leichter habt, Geld über gesponserte Posts auf eurem Blog zu verdienen, haben wir für euch einen Mediakit-Generator programmiert. Link dazu, wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt stellen sich einige die Frage, ja was ist denn ein Mediakit und wofür brauche ich das? Ein Mediakit ist die Kurzzusammenfassung oder generell eine Zusammenfassung eurer wichtigsten Blogdaten. Warum ist das wichtig? Wenn jemand einen gesponserten Post über euren Blog veröffentlichen lassen möchte, dann will er ja vorab wissen, lohnt sich das Ganze überhaupt und wie kann er eure Blog-Kennzahlen einschätzen? Da stellen sich einige auch die Frage, ja welche Daten soll ich denn weitergeben? Was interessiert denn einen zukünftigen Auftraggeber, damit er meinen Blog einschätzen und auch einen Preis bestimmen kann? Dafür haben wir für euch jetzt hier den Generator gebaut und da folgt dir einfach nur noch den Fragen. Worum geht es auf deinem Blog? Was macht dein Blog besonders? Hier unten zum Thema Reichweite werden einige Punkte genannt, dann Punkte über deine Leser. Die wichtigsten Infos, die kriegst du aus Google Analytics, die kannst du einfach rausziehen und hier einfügen per Copy-Paste. Dann geht es weiter zum Punkt Referenzen, mit wem hast du beispielsweise schon gearbeitet und kann man darüber etwas sehen? Und wenn du all die Daten eingegeben hast, klickst du nur noch hier auf den Button Media Kit generieren, dann wird hier unten in der Textbox die Zusammenfassung angezeigt. Da klickst du einmal rein, dann ist alles markiert. Jetzt auf Kopieren und all diese Infos beispielsweise in ein Textdokument packen oder wie du möchtest, kannst du sie auch direkt in die E-Mail schicken oder über die E-Mail schicken. Ganz wichtig für uns, wir haben den jetzt frisch programmiert, wir freuen uns immer über Feedback, über Infos, die eurer Meinung nach hinzugefügt werden sollen. Was noch verbessert werden kann, postet das in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg damit, teilt den Beitrag, liked den Beitrag, abonniert unsere Seite, wie ihr mögt. Hauptsache wir konnten euch dabei helfen, noch mehr Geld mit eurem Blog zu verdienen. Viel Erfolg. Ciao.